Ja, nein, vielleicht ein bisschen. Russlands Spiel mit dem Gashahn geht in eine neue Runde. Die Liefermenge über Nord Stream 1 wurde über Nacht halbiert, gleichzeitig über die Pipeline Transgas-Mehrgas Richtung Deutschland angekündigt. Ob das passiert? Die Bundesregierung glaubt an gar nichts mehr. Unser Eindruck ist, dass die Reduzierung von Gasmengen oder vielleicht auch das manchmal Reduzieren und dann wieder Hochfahren von Gasmengen Teil eines Machtspiels ist. Etwas Optimismus kommt von 4 Forschungsinstituten. Sofern auch Deutschlands europäische Nachbarn einsparen, komme Deutschland wahrscheinlich gut durch den Winter, so ihre Berechnungen. Bliebe es bei der aktuellen Drosselung, liege die Wahrscheinlichkeit eines Gasmangels sogar deutlich unter 20%, so die Forscher. Würde das Worst-Case-Szenario dennoch eintreten, käme es erst im April und Mai zu Gaslücken. Und genau deshalb sollten Verbraucher und Unternehmen jetzt auch nicht in Panik verfallen, so andere Forscher. Das führe nur zu Verteilungskämpfen und die seien Gift. Angst, aber auch Panikmache, viel von dem, was wir im Augenblick sehen, trägt dazu bei, dass man Vorsorge treffen will und damit künstlich die Preise nach oben treibt. Und wie schnell das gehen kann, zeigt ein Blick auf den europäischen Gaspreis. Der ist nach der angekündigten Gasdrosselung Russlands innerhalb von Stunden um rund 10% gestiegen. Danke, dass ned wurde! Und es war, was wir im Augenblick vergessen? Vielen Dank.